Ich will nur das Spiel spielen. Ich will diese ganze Scheiße nicht mit irgendwelchen Humunculus-Sachen, die durch Hintertürchen irgendwas ermöglichen und dann kann man da vielleicht noch blablabla blablabla. Ein Shop wie in Diablo 4 sollte nicht normal sein, verdammt. Ich weiß, wie es euch geht. Ich habe jetzt Diablo auch ohne Stream gespielt. Ich war noch nicht einmal im Shop. Der Shop hat mich bisher einfach überhaupt weder interessiert, noch hatte ich irgendwie das Bedürfnis, da reinzugehen und zu gucken. Ja, ich habe ohne Stream gespielt. Ich habe mir neuen Charakter angelegt. Ich habe einen Magier gespielt einfach. Genau, der Shop hat sich nicht aufgezwungen. Ich habe gesehen, der ist ein paar mal da. So hier und da. Aber ich habe nicht drauf geklickt, weil ich einfach, ich war bis jetzt nicht mal neugierig darauf, was es gibt. Ich bin leider mega enttäuscht von Diablo 4. Was? Also ich fand Diablo 4 bis jetzt sehr, sehr geil. Das Einzige, worauf ich hätte verzichten können, ist dieser, dieser Multiplayer Aspekt, dass da noch andere Leute, also in dem, in dem Fall, dass Leute einfach da rumlaufen in der Welt. Darauf hätte ich verzichten können. Ich mag es lieber Singleplayer und dann Multiplayer mit Einladung. Sowas finde ich besser, also so Core Play. Aber ansonsten Diablo 4, super solides Spiel, hat super Spaß gemacht bisher. Ich habe noch nicht so viel gespielt, wie ihr wisst. Waren ja erst so sechs bis sieben Stunden. Aber von dem, was ich gesehen habe, voll geil. So. Geh mal rein. Wie schlimm ist der Shop von Diablo 4? Das Spiel selbst zeichnet sich schon eine ganze Weile lang als richtig gut ab. Aber Blizzard hat ja wirklich ein Händchen dafür bewiesen. Hallo Maurice. Trotz der höchsten Versprechungen, selbst potenziell richtig tolle Sachen, auf der Zielgeraden noch zu versauen. Ja, das stimmt. Und jetzt ist der Moment der Wahrheit da. Jetzt. Ist ein bisschen leise, sagt er. Ist ein bisschen leise. Dann mache ich mal ganz kurz hier auf 200 Prozent. Let's go. So. Können wir uns anschauen, ob sie das bei Diablo 4 mit dem Shop gemacht haben. Und genau das tun wir jetzt. Gucken wir doch mal rein, was dieses Ding uns so bietet, Strich zumutet. Ganz kurz, ja. Ganz kurz, bevor jetzt der Shop gezeigt wird. Ich sehe jetzt auch noch nicht genau, was man da... Bei Valhalla gab es ja auch den Shop. Und ich habe immer die Skins gekauft. Einfach, ich wollte die Sachen sehen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich Valhalla zu 100 Prozent durchgespielt. War meine freie Entscheidung. Aber es waren halt einfach nur Skins in einem Singleplayer-Spiel. So, weißt du? Ich weiß, Skinpreise kann man drüber reden. Je nachdem, wie viel die kosten. Pipapo. Aber das tut keinem weh. Und jeder muss letztendlich selber wissen, ob er sich irgendwelche optischen Sachen antut oder nicht. Wichtig ist einfach nur, dass das Spiel dich nicht zwingt, quasi. Dass du dir irgendwelche Skins holst, weil du einfach sonst aussiehst wie ein Quasimodo. Und das Gefühl habe ich bei Diablo 4 nicht. Das Gefühl hatte ich aber auch bei Valhalla nicht. So, ich gebe zu, es ist eine Unsitte bei Vollpreisspielen inzwischen Shops zu haben. Ja, es ist eine Unsitte. Ich finde es nicht gut, dass es beinahe schon normal ist. Ja, dass es Shops gibt irgendwie. Und das irgendwie, ja, dann kann man da das kaufen, dann kann man das kaufen, dann kann man das kaufen. Ähm, das mag ich generell nicht. Generell wäre es geiler, wenn man sich vielleicht ein DLC mit 10 bis 20 Skins kaufen könnte. Ja, so könntest du es vielleicht verpacken. Wenn du DLCs verkaufst, dann würden die ja einen Echtgeldpreis kosten. Und dann hast du keine Diamanten oder Dublonen oder sonst irgendwas, wo du erstmal irgendwas umrechnen musst. Und dafür sind Leute meistens zu faul. Und deswegen geben sie mehr Geld aus, als sie eigentlich ausgeben. Ich hoffe, das war verständlich erklärt. Nur ganz kurz. Also ich bin selber nicht unbeleckt, was Shops angeht. Oh ja, Sims ist ein schlechtes Beispiel für DLCs. Sims ist ein ganz schlechtes Beispiel. Aber Sims ist ein schlechtes Beispiel dahingehend, dass die halt auch vieles aus dem Hauptgame entfernen und das dann in DLCs packen. Das ist das schlechte Beispiel dabei. Weil Sims hat eigentlich immer funktioniert mit den DLCs und es wurde sich weniger beschwert, wenn das Hauptgame einfach geile Scheiße bietet, schon genug geile Scheiß. Du kannst aber noch mehr geilen Scheiß dazukaufen. Und bei Sims, was ich am schlimmsten finde bei Sims, und das finde ich beinahe schon abartig, also wirklich widerlich, wenn du anfängst, Deals zu machen mit Modelabels, die dann sagen, okay, mach doch mal ein Pack zu, sag ich mal, ich weiß nicht, was es da gab. Bei Sims 4 gab es irgendwie, ich weiß nicht, was es da gab. Sag mal, Dolce, Gabbana, ja. Und dann musst du aber das DLC noch kaufen. Also die kriegen Moschino. Ja, genau, Moschino-Diesel, genau dieser ganze Scheiß, was die alles hatten. Das heißt, die kriegen Kohle von Diesel dafür, dass sie ein Diesel-Pack machen und die Leute müssen es aber auch noch kaufen dafür, dass sie Werbung ingame haben. Die Leute kaufen sich die Werbung fürs Spiel. Einfach nur, damit sie den ganzen Content haben, weil Leute teilweise halt gerne alle DLCs haben wollen. Das ist eine super Unart. Und was ich überhaupt nicht mag, Sims 4 ist inzwischen mit DLC ein ganz geiles Spiel, aber als es rauskam, hat es einfach viel weniger Features, viel weniger Stuff an Content als Sims 3. Das kann der Entwicklung von Sims 4 geschuldet sein, was ja, glaube ich, ursprünglich ein Multiplayer-Game werden sollte. Der Nachfolger zu Sims Online. Wie hieß denn das nochmal? Ich hab's vergessen. Da gab's auch diesen grünen Plumbob und den blauen für Multiplayer. Die wollten da irgendwas Neues draus machen und dann ist ja, glaube ich, Sims 4 draus geworden. Das ist aber eine lange Geschichte. Aber trotzdem, das ist halt eine Unart, wenn du Grund-Content aus dem Projekt Olympus, genau das war's. Projekt Olympus, genau das war's. Ich hoffe, da kommt noch was. Sims 5 soll das jetzt, glaube ich, werden. Es ist eine Unart, wenn du Content aus dem Hauptgame entfernst und den dann wirklich als DLC verkaufst. Das mag ich halt gar nicht. Da reagiere ich ein bisschen allergisch. Allergisch. Entschuldigung. Tolles React. Wir sind schon 38 Sekunden im Video. Sehr, sehr gut. Ich glaube, es läuft. Da haben wir ihn. Das ist der Shop von Diablo 4. Aufgemacht als netter Kartenshop. Okay, das erste, was ich sehe, ist das hier. Das mag ich gar nicht. Das wird bestimmt auch gleich nochmal angesprochen. 100 Pro. Dekorative Gegenstand, Erweiterung, Platin. Okay, okay. Ich hab den Shop noch nicht gesehen, deswegen. Das mag ich nicht, weil du musst den Shop nicht aktualisieren. Die Sachen sind digital, die Sachen, ja genau, FOMO. Es ist einfach nur Fear of Missing Out. Mehr ist es nicht. Den Leuten Druck machen, oh nein, ich kann diese geilen Sachen nicht kaufen, weil in drei Tagen ist das raus aus dem Shop. Und dann ist es irgendwann, dann kommt das vielleicht erst in einem Jahr wieder und dann kannst du deine schöne Nekromantenrüstung nicht kaufen oder was immer das da ist. Ist doch. Blutzoll, unrechtmäßige Einnahmen. Das Gewicht von Gold. Ja, das passt. Das sind gute Titel hier. Jetzt lass dir mal im Video reden. Entschuldigung. Und das gibt es dort. Es gibt einen für dich empfohlen Reiter, der aktuell wohl aber noch für alle Leute das Gleiche bietet. Klar. Der soll später mal wohl sich danach richten, was du gerne spielst und dir dann vor allem Sachen empfehlen für Klassen, die du gespielt hast. In meinem Fall wäre es zum Beispiel der Totenbeschwörer, der hier zufälligerweise sogar gerade auf Platz 1 ist. Denn es ist natürlich die beste und eigentlich einzig wahre spielenswerte Klasse. Wie jeder vernunftbegabte Mensch weiß. Der Mann im Video spricht wirr. Ja, ihr müsst ab und zu mal, da muss man ab und zu mal Rücksicht nehmen. Er spricht manchmal wirr. Ja, natürlich weiß jeder, der noch einigermaßen bei gesundem Menschenverstand ist, ja, und nicht eventuell über Jahre hinweg in einer Gaming-Redaktion vernebelt wurde. Jeder weiß natürlich, dass ein Druide die einzig wahre Klasse ist. Ja, über alle anderen. Zumal er natürlich auch begleitiert. Er ist nah an der Natur, ja, er ist nachhaltig. Der Druide bringt einfach alles mit. Wobei, der Nekro ist auch nachhaltig. Das muss man ihm zumindest lassen. Also im Grunde genommen, ja, na gut. Aber ich mag, ich mag meine Gefährten lieber lebendig als tot. Bin ich ganz ehrlich. Ja, gut. Aber auch schon die erste, ähm, sag ich mal, das erste Warnsignal dieses Shops, wofür braucht man überhaupt so einen Reiter für dich empfohlen? Es gibt hier unten noch für jede Klasse ein paar Items und da drunter noch Reittiere. Allerdings sollen diese Sachen rotieren. Das sehen wir oben rechts. Ich hasse es. In drei Tagen, 17 Stunden in diesem Beispiel rotiert dieser Shop. Dann verschwinden einige oder vielleicht alle, der hier angezeigten Sachen und das wird ersetzt durch neue Sachen, die sich dann vermutlich eben danach richten, was ich bislang so gespielt habe. Und auch hier wiederum wird es dann Sachen geben, auch für Klassen, die ich nicht so viel gespielt habe. Aber der Kernpunkt ist, Blizzard will Stress machen. Siehst du diese schönen Sachen? Psychotricks, ja. Die sind nicht für immer da. Wenn du jetzt nicht kaufst, dann sind sie vielleicht weg und wer weiß, wann sie wiederkommen. Das ist inzwischen leider relativ gang und gäbe. Auf verschiedenste Art und Weise soll... Die beste Klasse ist der Backseat-Gamer, der kann nämlich alles. Gut. Okay, weißt du was? Da gebe ich mich geschlagen. Ja, ich glaube ja. Ich glaube, Backseat-Gamer sind einfach die beste Klasse. Da gebe ich mich geschlagen. Die machen am meisten Damage. Die haben alle Bosse schon gelegt und zwar sehr, sehr schnell. Ja, sind auch schon alle Endgame. Die sogenannte FOMO des Spielers ausgenutzt werden. Die Fear of Missing Out, die Angst, etwas zu verpassen. Ich bin absolut kein Fan davon, mit solchen irgendwo schäbigen, psychologischen Tricks zu arbeiten, um vorzugaukeln, dass man doch jetzt dringend zuschlagen soll. Es gibt keinen Grund, dass diese Güter rotieren müssen. Es sind virtuelle Güter, die in unbegrenzter Zahl vorhanden sind. Der einzige Grund, warum sie rotieren, ist, dass Blizzard uns A, Druck machen kann und uns B, vorgaukeln kann, dass ständig coole neue Sachen kommen. Und nicht zu vergessen, du kaufst dir eine Rüstung aus der ersten Rotation, weil du Angst hast, dass die dann weg ist. Ja, weil wenn die Rüstungen weg sind, vielleicht gibst du die nie wieder. Ja, diese coole Rüstung. Und gerade die aus der ersten Rotation, wenn du die kaufst und die kommt nie wieder, dann bist du halt derjenige, der noch eine der ersten Rüstungen hat, noch einen der ersten Skins. Und da gibt es sonst keinen, der damit rumläuft. Und deswegen, oh Gott, ich muss die haben. Und dann kaufst du die und dann kommt die aber in drei Monaten wieder. Eventuell. Vielleicht nicht bei allen, aber wie gesagt, das ist dann eben FOMO. Was auch passieren kann, du kaufst dir eine Rüstung. Genau, die ist dann später billiger, das kann natürlich auch sein. Oder du kaufst eine Rüstung, ja, weil du denkst, die gibt es nie wieder. Und dann kommt in der zweiten Rotation eine, die einfach viel geiler aussieht. Und du dir denkst, scheiße, wieso habe ich Geld für die ausgegeben? Oh, naja, dann, naja. Und dann hast du diese Rüstung und läufst immer und immer und immer und immer damit rum, weil du hast Geld ausgegeben. Ich weiß, wie viele die hier kosten. Ich habe keine Ahnung. Sagen wir mal 10 Euro. Ich habe keinen Plan. Wobei eine Rüstung besteht aus mehreren Teilen. Ich weiß nicht, was es alles zum Pack gibt. Wahrscheinlich mehr als 10 Euro. Ich würde vermuten mehr als 10. 25 Euro. 20 bis 25 Euro für eine Rüstung. Für einen Skin. Für 25 Euro kriege ich Spiele auf Steam, die richtig geil sind. Nicht Gollum. Ja, aber aber ich kriege halt Spiele. Hier, wie heißt das neue Horror? Game in Pixel Art. Das kostet 12 Euro. Alter, 25 Euro ist echt viel Geld. Ja, genau. Die Carnation. Die Carnation für 12 Euro. Leute, kauft die Carnation. Wirklich, kauft es. 25 Euro für einen Skin. Zur Ehrenrettung. Diablo 4 wird eine Weile lang gespielt. Es kommen Seasons. Das heißt, du kannst die Rüstung lange benutzen. Und wenn du halt wirklich, wenn du halt weißt, wenn du halt weißt, dass du Diablo sehr, 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 sehr lange spielst, dann kann man sich überlegen, so, ach naja, für mich lohnt es sich. Aber 25 Rüstungen für eine, 25 Euro für eine Rüstung ist einfach, das ist einfach, das ist zu viel. Das ist einfach zu viel. Das ist, äh, weiß ich nicht. Als Spieler haben überhaupt nichts davon, dass dieser Shop durchrotiert. Es ist jetzt nicht das Schlimmste auf der Welt. Schon wieder heult ihr da rum, aber es ist kein Muss. Ja, natürlich, aber da, Krono, ich verstehe das schon. Natürlich ist es kein Muss. Ja, ich kann aber auch diese Flasche Wasser für 300 Euro verkaufen. Die muss keiner kaufen, aber es ist halt trotzdem Abzock. Es ist trotzdem ein Scheißpreis dafür. Ja, ein, äh, und das sind Preise, die die halt von ihren, von ihren Spielern haben wollen, die ja im Grunde genommen die Kunden sind. Da, darum geht's ja. Es geht nicht darum, dass Leute das kaufen müssen. Ja, keiner muss das machen. Aber, was man trotzdem verurteilen kann, ist eben einerseits der psychologische Trick mit der FOMO, also mit der Rotation, äh, und das andere kann man trotzdem die Preise kritisieren. Auch wenn man's nicht machen muss. Keiner, keiner muss Skins kaufen. Was auch gut ist. Ja, weil bei Diablo sieht man auch so cool genug aus. außer man färbt seine Klamotten wie der Weihnachtsmann. Aber es ist nervig. Und es ist kein guter Einstieg in diesen Shop. Aber gucken wir uns doch mal an, was denn jetzt die Sachen sind, die wir da kaufen können. Vor allem sind es Charakterskins. Dieser Gespensterfürst hier, gucken wir ihn uns mal im Detail an. Hier, ein Helm, Brustpanzer und so weiter. Eine volle Rüstungsgarnitur. Dazu, äh, geht oft auch noch sowas wie diese Bemalungen hier und Schild- und oder Waffenskins. Das hier ist eine volle Garnitur, allerdings nur für den Totenbeschwörer. Also das ist nicht für jede Klasse verwendbar. Ich bin mir nicht sicher, wie das ist, wenn du, äh, wenn du so eine Rüstung kaufst. Am Anfang, also gerade jetzt, wirst du vielleicht noch cool aussehen im Vergleich mit den anderen Spielern. Aber wie die Rüstungen im Endgame aussehen, das weiß ich halt nicht. Ne? Ob, ob du dann überhaupt auffällst damit oder auch wenn dann zehn Leute damit rumlaufen, ob du überhaupt auffällst damit, weiß ich halt auch nicht genau. Ja. Im Gegensatz natürlich zu eigentlichen Items im Spiel. Es sind dafür aber auch nur kosmetische Items. Also du kriegst hier keine tatsächlichen Gegenstände, du kriegst kosmetische Skins für Gegenstände, die man, wie man hier oben sieht, nur auf Waffen, also auf Items des selben Typs anwenden kann. Das sind die häufig... Und der Skin ist aber auch nur für die Klasse. Der ist nicht für alle Klassen und auch das Tattoo ist nur für die Klasse und das heißt, wenn du eine andere Klasse ausprobieren willst, müsstest du dir da wiederum, ist bei PoE genauso, ja, ja, aber Path of Exile ist kostenlos. Das Game ist kostenlos an sich. Okay. Kaufbaren... Ja, ja, ohne Stats. Ohne Stats ist aber auch gut, Steffi. Also wenn die Dinger Stats hätten, das wäre schlimm, weil das wäre Pay-to-Win. Wenn du dir Rüstung mit Stats holen könntest, das wäre... Das würde einen richtigen Shitstorm geben. Glaub mal. Das wäre nicht so gut. Es gibt aber auch noch weitere kosmetische Sachen. Es gibt Pferderüstungen. Natürlich. Weil wenn wir schon DLC und Kram verkaufen, dann warum nicht auch richtig? Warum nicht den archetypischen Klassiker? Der archetypische Klassiker, ja, sehr schön gesagt. DLCs begannen, korrigiert mich, wenn ich falsch lege, DLCs begannen von Bethesda aus, war das Morrowind mit der Pferde-Armor, wo man sich eine Pferderüstung für Geld kaufen konnte erstmals und es ist ein riesen Aufschrei. Oblivion war das, Oblivion. Nicht Morrowind, Oblivion war das. Wo man sich eine Pferderüstung kaufen konnte für Geld und das war auch ein riesen Aufschrei. Heute ist es irgendwie einfach da. Ja. Ich gebe es zu, ich finde die ist irgendwie ganz lustig sogar, das Gewicht von Gold. Man kriegt hier eine Rüstung für sein Pferd und auch noch dazugehörige Trophäen. Und es wird noch ein bisschen quatschiger, es gibt dann auch noch Accessoires. Und das ist einfach ein Item für den Rücken, ein Emote und dann auch noch einen glockenförmigen Grabstein. Auch das, Standardpraxis in modernen Spielen, extra mehr komischen Quatsch ins Spiel einbauen, für den man dann kosmetische Varianten verkaufen kann. Es ist nicht ganz auf dem Level von Grenzstein-Skins für Siedler, aber käufliche Emotes in einem Diablo ist halt trotzdem irgendwie, sage ich mal. Käufliche Emotes in einem Multiplayer-Game, in einem Diablo gebe ich zu, so ein Hallo und wuh, du machst das, sehe ich in Diablo irgendwie nicht, ehrlich gesagt, oder jata, ist irgendwie komisch, aber immer noch besser als käufliche Emotes bei Gollum. Sorry für die kleinen Seitenhiebe, aber ja, nun. Es ist sehr modernes Gaming, sagen wir es so, mehr als ich gerne hätte. Ja, same. Das sind also die Sachen, die man so bekommt. Hier haben wir nochmal die... Käufliche Emotes bei Twitch sind toll, machen Sinn und steigern die Lebenserwartung. Also käufliche Emotes bei Twitch bereichern auch den Chat als Gesamtes. Ja, wenn man hier zum Beispiel Lurche spammt oder sonst irgendwas, das bereichert einfach alles. Guck mal, wie die Emotes hier einfach alles bereichern. Jetzt fliegen die hier rum, hier unten im Hintergrund, über alle im Hintergrund fliegen die jetzt auch rum. Emotes sind nicht zwangsweise was Schlechtes, ja? Nur vielleicht, ich verstehe, dass die bei Diablo vielleicht nicht so reinpassen in diese düstere Welt, wenn da einer rumläuft, so lalalalala. Das ist irgendwie, das ist irgendwie, ja, ist irgendwie weird. Also ich verstehe schon. Ja, aber generell finde ich Emotes in Multiplayer Games jetzt nicht so schlimm. Vor allen Dingen, wenn alle miteinander tanzen können. Bei Final Fantasy XIV cool. bei Diablo weiß ich nicht. Weiß ich nicht, Digga. Ja, nun. Die anderen Reittiere, das ist in der Regel eben so ein Paket. Das sind teilweise unterschiedliche Sachen, aber es sind meistens hier dann eben, hier auch wieder Trophäen und eine Rüstung dazu. Diese Pakete in der Regel sind, was man hier kauft. Und was bezahlt man jetzt dafür? Es gibt natürlich auch da wieder, wir gehen das Bullshit-Bingo moderner Gaming-Shops durch. Es gibt natürlich... Ich muss aber ganz kurz sagen, ich finde den Shop momentan relativ harmlos. Die Preise kann man sich darüber streiten. Ansonsten, ich habe es schon gesagt, ich sage es immer wieder, solange es nur optisch ist, die Leute können ja entscheiden, wo wir sie Geld ausgeben. Solange sie es nicht müssen, nicht gezwungen werden, nicht überredet werden ständig. Ich finde so etwas mit dem Shop-Aktualisierung, das finde ich schäbig, das mag ich nicht. Also FOMO und sowas, genau, es gibt kein Gambling drin. Es ist schwierig, dass man sich darüber schon freut. Ja, das finde ich komisch so. Oh, da ist kein Gambling drin. Das ist also doch ein guter Shop. Ja, also das ist ein bisschen weird, aber solange es halt nur optisch ist und wie du dein Spiel irgendwie zurecht machen kannst, ist okay. Ja, Entwickler sollen ja auch Geld verdienen. So ist es ja nicht. Wenn das Spiel taugt. Emotes bei Gollum. Jedenfalls, ich mache mal weiter. Ja, FOMO finde ich auch scheiße. Du siehst nicht einfach für echtes Geld direkt, du siehst nicht direkt, wie viel es kostet, aber man muss auch so fair sein, diese Ingame-Währung ist eine der harmloseren, die ich bislang so gesehen habe, denn erstens ist der Umrechnungskurs recht einfach ersichtlich. Platin ist ungefähr 100 Platin 1 Euro. Nicht ganz perfekt, weil zum Beispiel 2.800 kriegst du für 25, weil dann fangen die, wow, super Value, guck mal, 300 Platin kostenlos obendrauf, Bonus-Pakete an. Man kann es aber trotzdem grob umrechnen und kann das auch ganz gut im Kopf haben. Und es ist tatsächlich nicht so, wie man jetzt, man würde jetzt erst mal denken, und das dachte ich ehrlich gesagt zuerst auch, bis ich eines Besseren belehrt wurde, dass man hier nur Pakete kaufen kann, die man dann so nicht eins zu eins ausgeben kann. und dass dir immer was übrig bleibt, damit du einen Anreiz hast, mehr zu kaufen. Du kannst aber tatsächlich, weil du einen 200er und einen 500er und einen 1000er Schritt hast, dir dann doch meistens das so zusammen kaufen, dass du genau auf den Betrag kommst, den du haben willst. Ja, aber, wenn du Cents sparen willst, kaufst du fünfmal das 200er Pack und hast dann ein paar Cent gegenüber dem 1000er Pack gespart. Naja, hast aber auch mehr Aufwand natürlich. Aufwand, dass du genau auf den Betrag kommst, den du haben willst. Ich bin trotzdem kein Fan von dieser Währung und zwar ist es natürlich trotzdem noch einfach nervig. Also mal ein Beispiel. Ich finde es gut, wie es bei Steam gemacht wurde. Ich weiß nicht, ob ihr bei Steam schon Geld außerhalb von Spielen ausgegeben habt für irgendwas, aber du kannst ja diese Steam Points, Steam Points glaube ich, kannst du kaufen. War das Steam Points? Wie hieß das? Also du kannst Guthaben aufladen bei Steam und das kannst du halt machen, wie du fröhlich bist. Du kannst zum Beispiel 100 Euro Guthaben aufladen für irgendwas und das kannst du dann hier und da nutzen oder du kannst quasi auch Sachen direkt so kaufen, dass du exakt das Guthaben auflädst, wenn du diese Karten kaufst zum Beispiel oder wenn du dir irgendwelche Items kaufen willst oder so, dann kannst du exakt dein Guthaben so aufladen, wie du es brauchst. So, das finde ich okay. Minimum ist 5 Euro, okay, das wusste ich nicht. Ich meine die Steam Points, die man kriegt, meine ich nicht, wenn man das kauft. Die meine ich nicht. Ich meine, wenn du Items kaufst oder diese Cards oder so, da gibt es ja so ein paar Sachen, die man rund um die Games noch holen kann und da kannst du halt exakt das aufladen, was es kostet. Das ist wirklich fair gemacht. Das finde ich sehr nice. Genau, beim Steam Wallet. Genau, genau, genau. Bei Blizzard kannst du dein Battle.net Guthaben aufladen, ist auch nicht so anders. Eher gut, aber du musst ja zwischendurch erstmal diese andere Währung kaufen. Du musst ja zwischendurch erstmal hier die Rupien oder wie immer die heißen. Musst du erstmal kaufen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel etwas für 800 kaufen will. In Guild Wars 2 ist das gut gemacht, da man Edelsteine dort auch mit Ingame Gold tauschen kann. Das wäre ziemlich nice, aber ich glaube, der Wechselkurs wäre sehr, sehr hoch. Glaube ich. Diese Blutmaßnahmen hier. Dann könnte ich mir 1000 kaufen, dann habe ich was übrig. Ich könnte mir 500, 200, nochmal 200 kaufen. Komme ich auf 900, habe ich immer noch was übrig. Oder ich kaufe mir viermal 200. Was dann schon ein Weg ist, dass ich genau das bekomme, was ich will und nichts übrig habe. ich muss mir aber auch vier einzelne Pakete kaufen. Die kleinsten, die es gibt. Und wir wissen alle, dass die Entwickler natürlich hoffen, dass ich auf vier separate Käufe keinen Bock habe und dann denke, ach komm, gib mir das 1000er Paket und dann habe ich halt 200 übrig und dann habe ich mir alles ausgegeben und dann gucke ich doch wieder, kann ich vielleicht noch was kaufen, kann ich mir noch ein Paket kaufen. Kennt man, ist hier, wie gesagt, so fair muss man sein, nicht so schlimm wie in anderen Spielen. Hier gibt es immerhin die Option, für viermal 200 dann das 800 Ding zu bekommen. Andere Spiele setzen diese Preise so, dass du prinzipiell immer noch Währung übrig hast und nie genau auf das kommst, was du haben willst und das ist immer nervig. Der Spieler hat absolut nichts davon, dass er nicht einfach direkt für Euro im Shop kaufen kann und immer diese unsäglichen Währungen zwischengeschaltet sind. Entwickler rechtfertigen das gerne damit, dass durch diese Ingame-Währung, da können wir euch ja dann auch ab und an was schenken und guck mal, da können wir euch 300 kostenlos dann geben und so weiter und so fort. Totaler Quatsch, das könnte man alles auch, andere Shops haben auch einfach nur Guthaben und haben einfach nur Euro und es funktioniert super und in der Regel schenken sie dir auch nicht so viel Ingame-Währung. Problematisch ist halt durch diese Item-Shops, dass das ein schlechter Versuch ist. Würde persönlich mehr Geld für ein DLC mit Extraskins und einem Level mehr bezahlen als für sowas. Keine Sorge, Level mehr, da kommen später noch die Seasons dazu. Die Seasons kommen ja auch noch dazu. Aber was aber meiner Meinung nach okay ist, weil das sehe ich im Grunde genommen so ein bisschen wie so ein Add-on, dass da immer mehr Content hinterherkommt, was ja eigentlich auch ganz gut ist. Sehr relevant wird. Unterm Strich dienen diese Währungen nur dazu, es dem Kunden schwerer zu machen, seinen Kauf einzuschätzen einzuschätzen und seinen Kauf für ihn bequem zu tätigen. Sie sind eine Zwischenmaßnahme, die Leute dazu bringen soll, im Idealfall mehr auszugeben. Und auch wieder ein psychologischer Trick, wenn du noch Guthaben übrig hast, wie gesagt, hat Maurice glaube ich auch gesagt, wenn du noch irgendwie so 100 oder 200 Dinger übrig hast, dann denkst du dir, ach Mann, die liegen jetzt noch rum, wenn ich mir das jetzt noch hole, kann ich mir den Skin noch holen und dann kaufst du ja wieder ein Paket. Ne, ist auch wieder so ein Psycho-Ding. Also, ja, naja. Punkt. Ich finde, wir könnten die komplett aus dem Gaming streichen, es ginge nichts verloren, aber nochmal, Diablo 4 ist hier nicht das schlimmste Beispiel, aber halt auch nicht das Beste. Vor allem nicht, genau, genau. wenn wir uns angucken, wie viel der Kram denn dann tatsächlich kostet, wenn man mal die Umrechnung macht. Der Gespensterfürst, hier das erste Item, das ich sehe, ein schöner, prestigeträchtiger, Totenbeschwörer-Skin, 2800 Platin, wir hatten es gerade, 25 Euro für einen Skin, den ihr für eine Klasse benutzen könnt. Und wenn ihr jetzt vorm Bildschirm sitzt und euch denkt, was regt er sich denn so auf, das sind doch die Preise für solche Skins, das ist doch in anderen Spielen auch so, dann ist das genau das Problem. Es ist tatsächlich so, ich muss es ehrlich einräumen, auch hier ist Diablo 4 nicht ungewöhnlich schlimm. Wie gesagt, da kriegt man zweimal das geile Indie-Game. Das kostet nur 12 Euro, kann man sich zweimal davon kaufen. Ja. Aber die Tatsache, dass wir das im Gaming schon als fast schon die Norm erwarten, inzwischen, ja, 25 Euro für einen Skin, das ist halt der Preis, das hat sich so etabliert. Wenn wir mal drüber nachdenken, wie absurd das ist, das ist hier ja nicht mal ein Free-to-Play-Spiel. Das ist ein Spiel, das 70 Euro kostet oder sogar mehr, je nachdem, welche Edition du gekauft hast. Und das hier ist jetzt so ziemlich das Teuerste, was ich kaufen kann, aber der Rest, die Glocke da. Das spricht euch an, ja? Ne, das spricht mich nicht an, das sind 10 Euro. Das zieht sich durch. Hier, dieses hier sind auch noch mal 25, 18, die Pferderüstung, 16, in keiner Form vernünftige Preise für das, was du bekommst. Das sind willkürlich festgelegte Preise für virtuelle Güter. Nach gut Dünken der Entwickler, was sie halt der Meinung sind, dass wir bitte bezahlen sollen. Die Tatsache ist aber auch, ja, also wir können uns, ja, zu Recht kann man sich darüber aufregen, über die Preise. Aber das Ding ist eigentlich, bei Gameswirtschaft kam das, glaube ich, gerade wieder raus. Inzwischen wird wesentlich mehr Kohle gemacht mit sowas, als mit den Games selbst. Wesentlich, wesentlich mehr. Der Anteil an Geld, der in die Spieleindustrie fließt, der über genau solche Add-ons gemacht wird, drei bis vier Mal so hoch, wie die eigentlichen Spiele. Und klar wird es das dann weiterhin geben. Klar. Weil alle ärgern sich darüber und dann kaufst du dir vielleicht doch mal hier und da was. Vielleicht holst du doch mal diese eine kleine Sache. Vielleicht holst du doch mal im Mobile Game den einen Vorteil, weil du hast es ja kostenlos bekommen. In-App-Käufe erforderlich. Ja, es passiert. Passiert hier, passiert da. Es macht nur so viel Geld, weil es von süchtigen Wahlen profitiert. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ob die Wale der Großteil sind. Die kaufen vielleicht einmal den Shop leer, aber dann ist der Shop auch leer. Also bei diesen Skins und so. Ich glaube eher, es sind viele, 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 viele Spieler, die sich einfach mal so ein Ding, ich hab das jetzt so und so lange gespielt, naja, dann hol ich mal meinen Skin. Oder du willst einfach auffallen gegenüber anderen Leuten, naja, dann hol ich mir das mal. Dann hol ich mir das mal. Das sieht ganz geil aus für meinen Charakter. So. Hm. Ja. Alle ärgern sich drüber, jede kauft das. Wie die Bildzeitung. Ja. Ja. Genau so. Genau so. Ohne, dass es irgendeine Korrelation zu dem hat, was man irgendwie geboten bekommt. Es gibt Sachen, die etwas billiger sind. Das sind dann acht Euro für für so ein Schild auf dem Rücken und ein Hornbläser-Emote. Wie gesagt, das mit dem Shop finde ich generell auch nicht schlimm. In diesem Fall. Ja, in anderen Fällen mhm. In diesem Fall finde ich es bis jetzt wirklich gar nicht schlimm, weil es halt der Löwe sieht ja gar nicht aus. Oh, für den Löwen gebe ich 120 Euro aus. Ich glaube, der gefällt mir. Alter. Ja, ich finde es okay, wenn du damit zum Beispiel Spiele querfinanzierst, ja, denn Spielpreise sind größtenteils eigentlich immer und ich mache mich mit der Aussage immer unbeliebt, sind immer gleich geblieben. Alles andere ist teurer geworden, Lebenserhaltungskosten, alles. Spielpreise sind irgendwie immer gleich geblieben. Und als ich doch in eurem Alter war, da hast du auch mal 120 Euro für ein Spiel, äh, 120 D-Mark für ein Spiel bezahlt, ja. Und D-Mark und Euro, die 2 zu 1 Rechnung, die zieht schon lang nicht mehr. Also ich finde es okay, ich finde es okay, wenn man Sachen querfinanziert, aber ich wünschte, man würde ein bisschen mehr für seine Kohle kriegen. Nun ja, nun ja. Gewinne sind aber extrem gestiegen. Kann ich dir gerade wirklich nicht sagen. Ich weiß, dass immer mehr Studios zumachen. Ich habe für Mario Kart auf dem SNES 150 Mark gezahlt. Ja, ja, ja. Ich habe neulich noch, in der alten Powerplay, ich sortiere gerade hier, habe in der alten Powerplay geblättert, habe die Preise gegeben, habe gedacht, alte Scheiße, boah, über 100, über 100, über 100, über 100. Und ja, natürlich, Käuferschaft ist größer geworden, auf jeden Fall, aber Entwicklungskosten sind auch deutlich gestiegen. Früher hast du halt ein paar schöne Pixel-Spiele gehabt, du hast teilweise einen Mann-Spieler gehabt, also ein Typ alleine, oder Girl, konnte ein Spiel entwickeln, heutzutage hast du halt mehr als ein Film-Tiener am Sitzen. Wenn ich sehe, wie die Ubisoft-Trends durchlaufen, also bei so Ubisoft-Spielen, und du sitzt einmal eine Dreiviertelstunde und guckst dir nur Namen an, die daran mitgemacht haben, ja, also Entwicklungskosten, Technik ist sehr viel komplexer geworden, Ansprüche sind sehr viel höher geworden, an Grafik, an Content, an allem, aber ich stecke nicht so sehr in der Entwicklung drin, dass ich, dass ich weiß, wie da jetzt die Margen immer sind. Man kann halt immer noch alleine Games entwickeln. Ja, das stimmt, das stimmt, aber es ist trotzdem, es ist trotzdem, die Ansprüche sind höher geworden als an Spiele damals. Ja, nun. Eine Löwenstatue als Grabstein, okay, ist ein durchschnittlicher Gaming-Shop mit durchschnittlichen Gaming-Preisen, das macht es nicht, nicht gut, das macht es weniger schlimm, zumal man tatsächlich immerhin, um zu den guten Sachen zu kommen, wirklich sagen muss, es ist tatsächlich, nach aktuellem Stand, ein rein kosmetischer Shop. Blizzard hat immer wieder versprochen, es wird kein Pay-to-Win geben, sie haben sich mit Diablo Immortal leider komplett unglaubwürdig gemacht mit solchen Versprechen, weil da hieß es auch, ja, ja, ihr könnt nicht für, ihr könnt keine Ausrüstung kaufen, und dann hieß das, Ausrüstung nicht, aber die Edelsteine, in die ihr eure Ausrüstung, die ihr in eurer Ausrüstung einsetzt und die den Großteil eurer Power ausmachen, in die könnt ihr hunderte Euro stecken, Leute, zieht vom Leder Cash rein, da war das Quatsch, hier ist es kein Quatsch nach aktuellem Stand, es sind tatsächlich alles kosmetische Items, und es sind sogar ignorierbare Items, man sieht da vielleicht mal was und denkt sich, das sieht cool aus, ich gebe zum Beispiel zu, der Gespensterfürst hier, ich finde den schon nicht völlig verkehrt, naja, der Gesichtsausdruck sieht ein bisschen aus wie Schlag mich nicht, oder? Ja, guck mal, hau mich nicht, der sieht ein bisschen, der sieht ein bisschen verheult aus, sieht im Grunde genommen ganz cool aus, aber, hm, weiß ich nicht, aber, zur weiteren Ehrenrettung der Entwickler in diesem Fall, sehen deine Charaktere auch ohne Skins, also ohne käufliche Skins im Spiel cool aus, und das ist ja auch nicht immer so, selbst bei einem sonst sehr hochgelobten und auch sehr fairen Spiel wie Path of Exile, das ich hier sonst nicht kritisieren will, aber da siehst du wie eine Mülltonne aus, wenn du keine Skins kaufst, man verzeiht es ihm etwas mehr, weil das Spiel viel to play ist und unglaublich viel Content bietet, bevor du zahlen musst, also du musst für Content gar nicht zahlen, du solltest vielleicht irgendwann mal Stash-Tab, sonst kannst du es nicht wirklich sinnvoll spielen, aber... Das wollte ich auch immer mal spielen, aber privat wollte ich es immer mal spielen, aber irgendwie, ich muss zugeben, das ist so komplex, das hat mich immer ein bisschen abgeschreckt, weil ich wollte nicht studieren, um es zu spielen, ich wollte es einfach nur spielen, und dann habe ich bei Funk gesehen, einfach diese Skill-Trees, Alter, ich habe nicht mehr so viel Zeit im Leben, das alles zu lernen, Junge, Junge, Junge. Da ist das okay, aber trotzdem, in Diablo, und das war sogar schon in Diablo Immortal so, ausnahmsweise, diese eine Lanze, breche ich für Diablo Immortal, auch dort sahen die normalen In-Game-Items schon cool aus, du musstest nicht zahlen, um grundlegend cool auszusehen, und das musst du auch in Diablo 4 nicht, und der Shop wird dir auch nicht immer wieder in die Fresse gedrückt, wie das bei Diablo Immortal der Fall war. Es gibt nicht eine Quest, die du abschließt, und dann so, ey, du hast was freigeschaltet, dein neues 800%-Value-Paket ist jetzt im Shop. Zum Glück nicht, würde einem Vollpreisspiel auch sehr schlecht zu Gesicht stehen, trotzdem muss man sich ja heutzutage schon drüber freuen, dass Blizzard sich das verkniffen hat. Es gibt dann noch diesen Erweiterungstab, wo aktuell nur dieses Grabjäger-Paket drin ist, was so eins von diesen üblichen Starter-Paketen ist. Das ist dann lustig, aber das geht für Euro zu kaufen, ausnahmsweise, und da kriegst du ein paar ziemlich hässliche, wie ich finde, Pferde- und Waffenskins und mehr Platin, als du sonst zu dem Preis bekommen würdest. Für sieben Euro kriegst du acht Euro an Platin wert. Also jetzt auch nicht der Hammer-Deal, aber so ein typisches... Warum muss man bei einem 70-Euro-Game es positiv hervorheben, dass die Charaktere, Animationen und Waffen gut aussehen? Weil es genug Beispiele gibt, inzwischen, wo Vollpreisspiele einfach eine Katastrophe geworden sind. Ja, ich wollte jetzt nicht Gollum sagen. Es gab auch andere. Battlefield 2042 und so weiter. Es gibt viele Beispiele, wo das passiert ist. Ja, also, ja. Ja, Duke Nukem Forever war leider auch so eins. Ja. Ja, natürlich sollte das kein Maßstab sein. Auf keinen Fall sollte das ein Maßstab sein. Nein. Aber es macht trotzdem einen Unterschied, ob du einen Shop reinballerst, egal wie viel das Spiel kostet, ob du einen Shop reinballerst und alle Leute sehen aus wie Kacke, wenn die laufen. Ja, wie Kacke Eimer, wie er gerade gesagt hat. Oder du musst halt einfach nicht in den Shop gehen, um gut auszusehen, weil du einfach schon geile Sachen ingame kriegst. Ja, bei Path of Exile, kostenloses Game, siehst du aus wie ein Kacke Eimer und deswegen gehst du, glaube ich, eher in den Shop, was okay ist, weil das Spiel muss sich auch finanzieren und bei Diablo zahlst du eben 70 Euro für das Game, aber du musst nicht in den Shop gehen, um cool auszusehen. So, also, es ist okay. Es ist okay. Und für die 800 Platinen kannst du auch tatsächlich was kaufen dann schon im Shop. Ich finde es jetzt, wie gesagt, ich finde diese Items hier hässlich, würde mir das nicht holen, aber ist ganz nett. Es ist ein bisschen sonderbar, dass das einen eigenen Erweiterungstab gibt, wo nur das drin ist. Ich würde mal vermuten, später, wenn größere Content-Add-ons noch kommen, sind die vielleicht auch hier. Eine große Frage ist aber noch offen, und zwar gibt es einen Tab, der hier später auftauchen wird, den wir aktuell noch nicht sehen. Und zwar den Battle Pass. Der Battle Pass wird erst mit der Season dazu kommen und erst mal ein klassischer Battle Pass sein. Es gibt bezahlte Stufen, es gibt Gratis-Stufen, man levelt auf, man schaltet die frei und man kann sich auch beschleunigten Battle Pass kaufen, der dann Stufen frei schaltet, dass du nicht alle ergrinden musst. Da gilt das gleiche Fazit ein bisschen vorab jetzt schon mal, ohne jetzt, wie gesagt, er ist noch nicht da. Wir kennen aber schon ein paar Details. Er wird mit 10 Euro starten, dann die erweiterten Versionen sind teurer und da gibt es dann noch ein exklusives Emote mit dazu. Emotes, wie gesagt, warum verkauft die man in einem Diablo Emotes? Ich weiß es nicht, ich will es auch. Näh, pfeift drauf. Und du sollst dann da weitgehend kosmetische Sachen freischalten. Mit einer Ausnahme kommen wir gleich dazu. Es gilt da für mich das gleiche Fazit wie bei den meisten anderen Sachen. Mir ist bewusst, dass man Diablo 4 hier nicht herausnehmen kann für, ich sag mal, herausragende Kritik. Es macht hier nicht etwas, was nicht haufenweise andere Spiele auch schon machen. Ich finde, Battle Pass ist trotzdem eines der absurdesten Geschäftsmodelle, die sich im Gaming etabliert haben. Und es ist ein wenig bizarr, finde ich, dass sich das überhaupt etabliert hat. Weil was macht man da? Man zahlt Geld dafür, sich zu verpflichten, das Spiel möglichst lange zu spielen, idealerweise eine festgelegte Zeit. Wenn man das nicht tut, kriegt man nicht alles, wofür man bezahlt hat. Man kann aber Buße tun, indem man dann noch mehr bezahlt, um die Stufen freizuschalten, die man nicht erspielt hat. Das ist irgendeine Art von bizarrer, selbstgewählter, selbstbezahlter Eigenknechtschaft, obwohl man doch eigentlich einfach nur zocken und Spaß haben will. Was auch solche ist, Erklärvideos vom Spielemagazin, die fünf richtige und wichtige Fakten auf 30 Minuten länger strecken. RTF 22, da gebe ich dir völlig recht, ich bin aber froh, dass es in diesem Fall nicht zutrifft, weil es ein Video von Maurice Weber und nicht von GameStar. Und er hat hier schon mehrere Themen abgefrühstückt, nicht nur eins. Also das passt jetzt hier nicht so richtig rein. Ich weiß nicht genau, wie du drauf kommst, ich gebe dir recht, aber hat jetzt mit dem Video nichts zu tun. Ja, mit Battle Pass habe ich so aber ehrlich gesagt nicht drüber nachgedacht. Ich habe, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich nie über Battle Passes nachgedacht. Weil ich die eigentlich immer so gesehen habe, oder als Season Pass, du kriegst halt immer, du kriegst halt immer Content dafür. Da wird ja immer, also normalerweise, normalerweise bei Games, wenn du das machst, kriegst du ja immer Content nachgeliefert, Content nachgeliefert, Content nachgeliefert. Die Frage ist halt nur, wie wertig ist der Content, den du bekommst? Das ist halt die Frage. Und das ist, glaube ich, von Spiel zu Spiel verschieden. Ich glaube, ich würde bei Diablo 4 eher in einen Battle Pass gehen, als bei Gollum in einen Season Pass. Es gibt keinen. Ich meinte das nur als Beispiel. Ich kann mir vorstellen, wenn ich weiß, ich würde das Spiel halt lange Zeit spielen, ich werde mich da committen, ich habe da voll Bock drauf, weil es genau mein Ding ist, dann werde ich auf jeden Fall, das will ich auf jeden Fall mitnehmen. Aber du musst es halt nicht. Content sehe ich im Season Pass, nicht im Metal Pass. Battle Pass hat meine Erfahrung nach eher Skins, Emotes und Vorausgegenstände. Aber dann kannst du den auch komplett auslassen. Dann kannst du den ja einfach komplett auslassen. Wie gesagt, beim Thema Battle Pass bin ich auch nicht so wirklich drin. Die gibt es eher in Games, die ich eher nicht spiele. Ich will einfach ein vollständiges Spiel für mein Geld bekommen. Wenn es dann was extra gibt, okay, aber wenn man noch was kaufen muss, das sich vollständig anfühlt, das ist meine Meinung noch falsch. Ja, gebe ich dann völlig richtig. Die, die es völlig richtig gemacht haben, waren CD Projekt bei Witcher 3. Die Add-ons zu Witcher 3 das war es einfach. Also das ist schon, das war schon sehr, sehr geil. Ja, und ich finde, so soll es auch gemacht werden. Generell, wenn ich mir, wenn ich mir was bei Skins wünschen könnte, dann wäre es halt nicht so diese, diese Tekken-Mentalität oder, oder, wie heißen die ganzen anderen Prügelspiele noch, wo du quasi immer für einen Charakter einen Skin kaufen musst und dann hast du am Ende 50.000, so wie das jetzt hier bei Diablo ja im Grunde genommen auch ist, sondern ich würde mir dann lieber Packs wünschen. So Skin-Packs einfach. Was hat Switcher nochmal mit Battle Pass zu tun? Ich habe gerade über Add-ons geredet, weil der Kollege im Chat das gerade erwähnte. Ich bin, ich habe gerade auf jemanden geantwortet im Chat, das ging nicht um Battle Passes, da hast du vielleicht nicht aufgepasst. Die haben aber auch weniger Geld gemacht, als ein Game mit einem Battle Pass machen wird. Ja, ja, aber da ging es ja vielleicht auch nicht um Gewinnmaximierung. Na gut, okay. Ich gehe wieder rein. Warte, warte. Spiel E viel zockst, das sehe ich ein, ist ein Battle Pass auf ein netter Weg, derweil noch extra Belohnungen zu bekommen. Und ich bin tatsächlich auch bereit, das will ich betonen, für ein Diablo 4, das regelmäßig neuen Content bekommt und coole Seasons bekommt, regelmäßig Geld zu bezahlen. Hier ist gerade voll ein Vogel gegen die Scheibe geklatscht. Warum machst du sowas? Hooligan, dem geht es gut. Der ist wieder weggeflogen. Der ist aber voll gegen geklatscht. Ihr habt das gehört? Bumm. Junge, Junge. Warum? Das war echt laut, hat man gehört. Oh Gott. Oh, der Arme. Aber der ist wieder direkt zurück zum Baum geflogen. Aber warum fliegt er hier gegen die Scheibe? Ich habe doch hier, ich habe hier extra so ein japanisches, wie heißt das hier, diese Papierwände, die man so aufklappen kann, habe ich hier extra überall gerade. Ist hier bestimmt voll peinlich. Bestimmt. Diablo-Fan. Meinst du das Diablo-Fan? Suchst du vielleicht Brutpartner? Hm. Ja, kann sein, dass die Bäume sich in der Scheibe gespiegelt haben. Aber die Scheibe ist nicht so sauber, wie sie sein sollte. Wenn ich ehrlich bin. Oh gut. Oh gut. Okay. So, ich gehe mal ein bisschen zurück. Warte, warte. Hat mich ein bisschen rausgebracht gerade. Das will ich betonen. Für ein Diablo 4, das regelmäßig neuen Content bekommt und coole Seasons bekommt, regelmäßig Geld zu bezahlen. Ich bin sogar der Meinung, das sollte ich dann, wenn ich das spiele, weil man, Spielentwicklung ist aufwendig und kostet was. Gute Arbeit will gut entlohnt werden. Diablo 4 ist tatsächlich nach aktuellem Stand ein wirklich tolles Spiel geworden. Und ich habe große Lust, es ausgiebig zu spielen. Und ich bin sogar der Meinung, es war ein Fehlerstrichproblem, dass Diablo 3 nach dem sehr berechtigten Ende des Auktionshauses, das war Mist, keinen Weg gefunden hat, sich irgendwie auf eine kundenfreundlichere Art zu monetarisieren. Weil das hat dazu geführt, dass die Seasons am Ende relativ lahm waren, weil sie keinen Mechanismus hatten, dass es sich rentiert hätte, wie bei Part of Exile, regelmäßig fetten Content rauszuhauen. Ich hätte mir gewünscht, sie hätten es irgendwie mehr gemacht mit krassen Add-ons, wie Reaper of Souls und Klassenpaketen, wie dem Nekromandenpaket. Das wäre meine bevorzugte Variante gewesen. Dass sie aber gar nichts gemacht haben, hat dann auch dazu geführt, dass das Spiel halt sogar verständlicherweise nur noch... Deathranger, du bist nicht der Meinung, dass gute Arbeit gut bezahlt werden sollte? Und wenn dein Spiel rauskommt, zum Vollpreis und auch Vollpreis-Content bietet, schon von sich aus, bist du der Meinung, dass das Entwicklerstudio dir kostenlos noch weiteren Content hinterher schieben sollte? Damit aus 60 Stunden später noch 80 werden und 100 und 200? Aber du willst dann trotzdem für deine Arbeit, in deinem Job, trotzdem fair bezahlt werden? Kann man wollen. Das kann man natürlich wollen. Das geht schon. Das sollte über DLCs laufen. Aber ist das dann nicht einfach eher so ein Wording? Ich glaube, so hat das nicht gemeint. Ja, aber so habe ich das gerade verstanden, weil es ging ja gerade darum, dass Leute für Content halt Geld bezahlen. Kommt natürlich immer auf den Battle Pass drauf an oder was da drin steckt, weil wenn bei Diablo 3 die Seasons mau waren, ich kann da nicht mitreden, weil Diablo 3 hat mich jetzt nicht so gecatcht. Ja. Ich finde da Ubisoft sehr krass, dass sie bei Valhalla einfach die Story kostenlos erweitert haben. Ja, das stimmt. Und trotzdem gab es aber auch geile DLCs. Genau. Es geht darum, dass neuer Content auch bezahlt werden sollte. Genau, 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 genau. Neuer Content sollte bezahlt werden, der sollte aber auch gut sein natürlich. Der sollte auch gut sein. Da sind wir uns ja einig. Diablo 3 hat ja eigentlich schon gefallen, aber Backseat Gaming hat es ruiniert damals. Ich bin aber nicht so warm geworden mit Diablo 3. Die Optik war es einfach. Die Optik hat mich rausgebracht. Weil Diablo ist für mich düster und so ein bisschen so ein bisschen Gothic, so, weißt du, so, so, so angehaucht. Und Diablo 3 war mir ein bisschen zu cartoony. Sah trotzdem gut aus, aber sah halt eher aus wie WoW und nicht wie Diablo. Und das war so, weiß ich nicht. Das hat mich einfach nicht mehr so richtig reingebracht. Und Diablo 4 fand ich so geil von der Atmosphäre, dass ich einfach, wie gesagt, gestern versucht habe, wieder privat zu spielen. Diablo 3, äh, Diablo 4 ist für mich irgendwie zu dunkel. Aber da ist doch auch Tag. Also da gibt es auch, da gibt es auch Tag-Nacht-Rotation. Shadow of Mordor ist auch durch Backseat-Gaming gerippt? Naja, das ist durch toxische Kommentare gerippt. Also da waren die Kommentare, die waren leider nicht so gut. Naja, naja, naja. Inwiefern versuch, privat zu spielen. Fällt es dir schwer? Nein, ich hatte keine Zeit. Ich habe es an, ich habe die Diablo 4 angeschmissen und ich wusste, ich habe eigentlich gar keine Zeit zum Spielen. Also habe ich 10 Minuten gespielt und dann habe ich ausgemacht. Und dann musste ich wieder ins Tagwerk gehen. Ja, nun. Ich konnte unterstützt werden und dafür, dass ein Spiel intensiver unterstützt wird, bin ich bereit zu zahlen. Ich hätte nur gern trotzdem dabei das Gefühl, dass, dass ich irgendwie dann für die Sachen, die ich kaufe, selbst wenn ich sie auch kaufe, in dem Bewusstsein, ich zahle hier auch einfach, um die weitere Entwicklung zu unterstützen, dass ich irgendwie einen fairen Deal mache. Und bei FOMO, bei Battle Pass und bei 25 Euro für einen Skin wankt dann meine Bereitschaft der Unterstützung doch ein wenig. Weil ich nicht das Gefühl habe, dass wir auf Augenhöhe Geschäfte machen. Da bin ich leider genauso. Bin ich leider völlig genauso. Und dann kommt noch dazu, dass beim Battle Pass auch noch ich werde dann manchmal, wenn ich sowas sehe, werde ich dann bockig. Ja, dann nicht. Hab leider die Angewohnheit. Manchmal, wenn man mir so dieses FOMO oder sonst irgendwas ist, dann fühle ich mich einfach, ich fühle mich einfach blöd behandelt in dem Fall. Als Kunde oder sonst irgendwas. Oder, ne, Maurice erklärt das ganz gut. Ich möchte auf Augenhöhe behandelt werden. So, weil ich habe mir das Spiel ja auch gekauft in dem Fall. So, ne, also verarsch mich doch nicht mit sowas. So, komm, lass das doch weg. Verarsch? Ja, ja, also diese Rotation im Shop ist eigentlich eine Verarschung. Ist eigentlich eine Verarschung. Weil sie wäre eigentlich überhaupt nicht nötig. Ja, sie, die Sachen sind unbegrenzt da. Du musst es nicht rotieren lassen. Es gibt keine Veranlassung dafür, außer dem Spieler Druck zu machen. Dass er vielleicht die und die Rüstung nicht kriegt und die kommt vielleicht nie wieder. Und dann hast du diese geile Rüstung vom Anfang nicht. Oder mittendrin oder so. Ja. Und deswegen, wenn ich sowas sehe, ich bin dann leider ein bisschen, ich bin da leider ein bisschen bockig. Ja. Noch diese Ungewissheit herrscht, ob sich da dann nicht vielleicht doch eine unze Pay-to-Win einschleichen wird. Denn im Battle Pass wird es auch spielrelevante Belohnungen geben. Die wird es zwar in den Gratis-Tracks nur geben. Also man kann, es gibt keine spielrelevanten Belohnungen, soll zumindest nicht geben, die du nur bekommst, wenn du zahlst. Man kann ja aber diesen beschleunigten Battle Pass kaufen, mit dem man schneller levelt. Und es ist noch nicht ganz klar, wie das interagiert mit diesen Stufen. Blizzard hat gesagt, es soll als extra Schutzmaßnahme die spielrelevanten Belohnungen auch noch eine Charakterstufe erfordern. Aber das ist noch nicht sicher, dass das dann kein Problem ist. Wir können uns das mal im Detail hier anschauen, denn es gibt schon erste Bilder vom Battle Pass. Battle Pass Stufe 15 werden Aschen freigeschaltet. Das sind spielrelevante Belohnungen. Auf Stufe 20 auch nochmal. Und du brauchst dafür aber auch noch Charakterstufe 10. Jetzt ist die Frage, was erreichst du durch normales Spielen zuerst? Wir wissen schon, dass Charakterstufe 10 sehr schnell geht. Und soll ich mir was sagen? Vielleicht bin ich jetzt ein alter weißer Mann. Ja, wenn ich das sage. Vielleicht bin ich jetzt ein Boomer. Aber ich will doch einfach nur das f***ing Spiel spielen. Ich will doch diese Techniken alle gar nicht und dieses Blah und dieses ganze Ich will doch nur das f***ing Spiel spielen. Und dann vielleicht noch ein DLC kaufen. Ich würde mir vielleicht noch ein Season Pass kaufen, wenn da mehr Content kommt, weil ich das Spiel geil finde und mehr davon haben will. Ich will nur das Spiel spielen. Ich will diese ganze Scheiße nicht mit irgendwelchen Humunculus-Sachen, die durchs Hintertürchen irgendwas ermöglichen. Und dann kann man da vielleicht noch ein bisschen bla 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 bla. So. Wenn ich das dann wieder sehe, so, dann ist so. Ja, da bin ich vielleicht wirklich alt geworden, was das angeht. Natürlich, es ist gerade nur Spekulation. Es ist nur Spekulation, aber ich will einfach nur das Spiel spielen. Battle Pass eigentlich darauf ausgelegt ist, also in dem Fall auch, über mehrere Monate zu gehen. Wird man also Stufe 15 im Battle Pass erreichen, bevor man einen Charakter auf Stufe 10 hat? Es scheint mir schwer vorstellbar. Natürlich ist aber hier dieser Screenshot, das kann auch noch ein Mockup sein, da können sich Dinge ändern. Oh, mein Lieblings-Kosmetik-Shop ist der Gronk-Shop. Bestes Micropayment fürs RL-Game. Oh. Ich habe gehört, die Rüstung und die Beinkleider sind formidabel. Ja, das ist von feinstem Zwirne gar. Schön. Ja, aber es besteht eben die Möglichkeit, dass du deinen Charakter auf dem notwendigen Level hast, bevor du deinen Battle Pass auf dem notwendigen Level hast. Und dann ist der beschleunigte Echtgeld-Extrakosten-Battle Pass ja doch wieder ein Vorteil, weil du hast den Charakter schon und kriegst dann diese Passstufe schneller als jemand, der nicht zahlt. Und das wäre ziemlich fatal, vor allem, weil wir hier von den Seasons reden, also von dem Season-Wettstreit, wo es ja auch darum geht, möglichst schnell zu sein und keine unfairen Vorteile voreinander zu haben. Dieses Risiko besteht noch, man muss aber auch so fair sein, bislang hat Blizzard seine sonstigen Versprechen zum Shop eingehalten. Er ist rein kosmetisch, er ist optional, Sie haben nie gesagt, dass er billig wird, also haben Sie hier immerhin nicht gelogen. Und man kann ihn gut ignorieren. Mein Fazit ist also, der Shop macht das Spiel nicht kaputt. Und dafür muss man heutzutage ja schon dankbar sein. Ich finde es trotzdem schade, dass sich derartige Preise und komische Modelle wie Rotation und Battle Pass zwischen einfach als so normal etabliert haben, dass man da irgendwie sich schon fast komisch fühlt, wenn man es übermäßig kritisiert. Aber es ist darunter ein tolles Spiel, das man auch ohne diesen Shop genießen kann. Und das ist mehr, als man für manch anderes Blizzard-Spiel der letzten Jahre sagen kann. Also, yay! Sagt mir gern, was ihr vom Shop haltet. Findet ihr, ich reg mich dazu, sehr über Sachen auf, die inzwischen doch normal sind? Oder seid ihr auch etwas irritiert über gewisse der Angebote dort? Ich freue mich auf eure Kommentare. Und nicht nur dazu, sondern auch zu diesem YouTube-Kanal. Der ist neu. Das hier war das erste Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir sehr gerne Feedback dazu. Kam, glaube ich, ganz gut an. Hat gut funktioniert mit dem Video. Maurice, GG. Schreibt mir gerne, was ihr hier sonst noch so sehen wollt. Denn wir wollen diesen Kanal jetzt regelmäßig mit neuen Videos befüllen. Mit Analysen zu den aktuellen wichtigen Themen rund ums Gaming. Deutscher Young Year einfach. Jetzt diskutiert. Hoffentlich. Ich gebe mein Bestes. Also, falls das nach etwas klingt, worauf ihr Bock habt, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Und vielleicht sonst auch mal auf Twitch vorbeischaut. Denn da bin ich ebenfalls weiterhin fünf Tage die Woche live auf Twitch.tv. Maurice Weber. Aktuell könnt ihr wieder zuschauen, wie ich mich durch die... Hä? Weiteres Video? Was ist das denn? Oh, ganz schlecht. Oh, ganz schlecht. Das ist natürlich... Oh, puh. ...Diablo-Metzle. Und ansonsten sage ich jetzt einfach mal ganz optimistisch, voller Zuversicht, dir garantiertem neuen Abonnenten, der du ganz eindeutig bist. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Jemand schrieb gerade, fünf Minuten hätten gereicht. Nein. Für die ganzen Themen, die hier... Nee. Hast du völlig falsch eingeschätzt. Da hätten fünf Minuten niemals gereicht. Klar hätte man vielleicht zwei, drei Worte weglassen können, aber lass den Mann doch reden. Ich schwadroniere viel mehr als der Maurice. Bei mir dauert das viel länger, bis ich mein Thema besprochen habe. Hä? Das war jetzt doch nicht... Oder? Da war alles drin im Video. Also alles. Und alles auf den Punkt gebracht, zusammengeschnitten. Lass den Mann doch reden. War sehr gut. Sehr, sehr gut. Bis zum nächsten Mal.